Zwei, mein Mackes! Jawohl, komm her! Einmal das Bargeldgeschäft, jawohl! Denn hier stinkt noch ein ehrlicher, ansiatischer Kaufmann. Hier kann man noch mit Bar bezahlen. Und wenn ihr im Internet unterwegs seid und da einkaufen wollt, dann nimmst du Pay direkt von den Volksbanken und den Raiffeisenbanken. Das ist genauso sicher wie bei mir. So, mein Junge, und jetzt sollst du ein Aal haben, jawohl! Scheißegal, heute gibt das Ostsee-Aal! Die